Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Etwa 200 Personen zuzüglich der 18 Spitzensportler konnte Fred Pretz, der Präsident vom Sportrund Rheinland, beim Deichmeeting in Neuwied begrüßen. Bei dem Sportevent der LG Rhein-Wied gab die hochkarätige Mehrkampfelite in Disziplinen wie dem Hürdenlauf, dem Staffellauf, beim Hochsprung oder dem Sperrwerfen ihr Bestes. Ich bin hier, um mal zu testen, wie meine Form so ist. Es ist ein toller Einstiegswetter vor allem, weil man hier vom Verein ist, das ist doch was ganz Besonderes. Unter den Lokalmatadoren schaffte es die 19-jährige Celina Leffler vom SSC Koblenz-Katause mit 4.352 Punkten auf Platz 2 in der Gesamtwertung. Kai Kaczmirek von der LG Rhein-Wied hingegen konnte seinen Vorjahressieg zwar nicht verteidigen, glänzte dafür aber vor allem im Hochsprung, wo er mit 2,10 Meter unschlagbar war. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Ich bin hier, Untertitelung des ZDF, 2020